In diesem Video geht es um die sogenannte natürliche Exponentialfunktion und andere Exponentialfunktionen. Und wir betrachten erstmal einfache, grundlegende Eigenschaften. Fangen wir einmal mit der Definition an. Wir betrachten Funktionen jetzt von R nach R, also von reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Die bezeichnen wir mit exp oder auch einfach mit e hoch x. Und das definiert dann die sogenannte natürliche Exponentialfunktion oder auch kurz e-Funktion. Dabei bezeichnet das Symbol e die sogenannte eulische Zahl, die ungefähr 2,718 ist. Und hier auf der linken Seite sehen Sie auch schon den Graphen der Funktion einmal dargestellt. Was man direkt sehen kann, ist, dass diese Funktion relativ schnell und stark ansteigt. Das werden wir später nochmal genauer fassen. Unter Umständen finden Sie die Definition so ein bisschen unbefriedigend, weil ich einfach definiert habe, aber wir betrachten hier e hoch x, wobei x eine reelle Zahl ist. Wir haben es jetzt nur definiert, was es bedeuten soll, wenn wir im Exponenten natürliche Zahlen, ganze Zahlen oder auch Brüche haben, aber noch nicht definiert, wie sich das dann auf die reellen Zahlen verallgemeinern lässt. Das lassen wir an der Stelle hier auch weg. Dafür brauchen wir so ein bisschen mehr, nämlich folgen und rein, um das formal auf saubere Füße stellen zu können. Das ist aber jetzt für die grundlegenden Eigenschaften erstmal auch nicht weiter wichtig. Man kann diese Idee der Exponentialfunktion auch für eine andere Basis a oder für eine allgemeine Basis a verallgemeinern. Wenn wir irgendein a echt größer 0 haben, dann definieren wir die Exponentialfunktion zur Basis a einfach als a hoch x. Und die sieht dann der natürlichen Exponentialfunktion sehr ähnlich, wie man hier sehen kann. Und die steigt entsprechend ein bisschen steiler oder ein bisschen schwacher an. Hier haben wir 2 hoch x, hier e hoch x und hier 5 hoch x. Wir können natürlich auch einen Skalierungsfaktor einsetzen vor dem x und Funktionen der Form e hoch c mal x angucken, wobei c eine Konstante ist. Und auf diese Weise erhalten wir dann Skalierungen in der x-Richtung, Streckung und Stauchung. Also es ist die normale e-Funktion und hier haben wir zum Beispiel e hoch 2x. Und der Faktor kann natürlich auch negativ sein, wie zum Beispiel hier in dem Fall bei e hoch minus 2x oder auch bei e hoch minus x. Das ist der Faktor an minus 1. Wenn der Faktor dann entsprechend negativ ist, dann haben wir natürlich dann eine Spiegelung an der y-Achse in dem Falle. Also die Funktion e hoch minus x hier ist die Funktion e hoch x an der y-Achse gespiegelt. Wir können diese negativen Exponenten natürlich auch so ein bisschen anders aufschreiben, mithilfe der Regeln für Potenzen, die wir schon kennen, weil wir wissen, dass 1 durch e hoch x das gleiche ist wie 1 durch e hoch x. Und das ist aber nach Definition für negative Exponenten das gleiche wie e hoch minus x. Und wir können deshalb e hoch minus x auch als 1 durch e hoch x interpretieren und aufschreiben. Und das ist dann entsprechend die Spiegelung, wie eben auch an der y-Achse. Gucken wir noch ein paar Eigenschaften, grundlegende Eigenschaften der e-Funktion an. Definitionsbereich ist ganz R, das heißt diese Definition ist wirklich für alle reellen Zahlen definiert. Die Werte, die rauskommen können, sind alle echt positiv. 0 kann nie rauskommen. Die Werte, die rauskommen, sind immer echt größer 0, können dann aber beliebig groß werden. Nullstellen gibt es aus diesem Grund entsprechend keine. Es gibt so ein paar wichtige Werte, die man sich merken sollte. f von 0, weil das ist e hoch 0, irgendwas hoch 0 ist 1. Entsprechend f von 1 ist e, weil das ist e hoch 1. Und natürlich f von minus 1, das ist e hoch minus 1 und das ist das gleiche wie 1 durch e. Diese e-Funktion, die wird Ihnen in ganz vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen begegnen. Die modelliert vom radioaktiven Zerfall über Kondensatorentladung bis hin zur Kombinatorik. Dort finden Sie zum Beispiel Funktionen des Typs 2 hoch oder a hoch x. Also die sind wirklich sehr, sehr prominent vertreten und auch typische Lösungen von Differenzialgleichungen, die wir im späteren Verlauf der Mathematik noch angucken werden. Und das waren auch schon die ersten Eigenschaften der Exponentialfunktion.